und oh mein gott war das war ja nicht easy muss man erst drauf kommen ich wusste dass ich irgendetwas im mitarbeid mir definitiv sind doch alle zunut die zerstörungen ihr seid sie wird die hier Ich glaube so, wirklich? Schau dich mal, vielleicht ist sie hier irgendwo. Es gibt nichts hier, für die Böse. Ein bisschen heimlich ist schon gelüftet, ziemlich gut. Und wenn Lilly nicht da ist, dann werde ich nach jeder Böse in diesem Dungeon suchen. Wir müssen zurückgehen. Es ist zu gefährlich, zu bleiben. Geben, was du willst. Ich muss sie finden. Ich bin der Schubladenöffner. Wo waren die Tür? Wo sind wir hier? Was? Sie verrät mich, Bruder? Was ist los? Was? Ich verstehe nicht. Ich bin sorry. Ich bin überhaupt nicht sorry. Scheiße. Das gibt es doch nicht. Du suchst nach der Seele und denkst, dass du selbst einer bist. Der Körper blutet, dürstet und heult, berühre das Licht. Du bist die Essenz des Körpers. Weirdo, dass sie uns wirklich verrät. Dass sie uns wirklich verrät, ist natürlich eine Sache, die ich überhaupt nicht gut finde. Überhaupt nicht gut finde, meine Freunde. Ich finde überhaupt nicht gut. Ich finde gar nicht gut. Nicht. Mal gucken, ob ich das Spiel überhaupt heute durchschaffe. Mal gucken. Kann das sein, dass mein Rechner nicht drauf klarkommt? Nein. Mädchen wollen einfach Spaß haben. Ich weiß nicht, wie der Stream hier gerade läuft. Ich weiß nicht, wie der Stream hier ist. Ich weiß nicht, wie der Stream hier ist. Du wirst siehst, für die Chambel der Veränderung. In der Natur des Universums, der Buch spricht von einem großen Bögel, die in den Luftgeistung ist. Ich denke, du wirst es wissen, wenn du siehst. Du bist unsere beste Hoffnung so far. Also, keine Schrauben. Du wirst siehst. Jetzt kommen sie nach Gamela. Der Tanzer ist unterwegs, so sie wird dir helfen, wenn du in Luftgeist gehst. Lilly? Wo ist Lilly? Geh zu arbeiten. Es gibt viele, die in deinem Platz lieben, und wenn du dich schraubst, erinnern, dass es zu verdienen wird. Du weißt, wie ich das mache, wenn ich zufrieden bin. Kapitel 11 Ein Tanz in Rot. Das ist ein... Riesensilter, mein Freund. Ähm, ja. Was leckt übelstes Game. Aber mein Rechner kommt voll gut gut klar. Was ist denn los mit euch? Kommt doch gar nicht die Macht, Bruder. Was ist denn los mit euch, Mann? Strange. Weil mein Streamlands OBS leckt nämlich auch. Und das ist sehr komisch. Aber wenn ich mir anzeigen lasse, was mit meiner... Also hier, da leckt das am dollsten. Überspringen wir die Zähne hier. Das überspringen wir auch mal. Das ist ein bisschen nervig, dass wenn du stirbst, dass du alles nochmal neu machen musst. Also teilweise relativ große, ähm, Sprünge zum Autosafen. So, hier können wir eh nichts mitnehmen. Kann aber auch daran sein, dass es verpixelt ist. Weil hier geht es wieder klar. Aber sobald so viel verpixelt ist, alter. Klingt ein bisschen schade. Guck der, hä. Guck der, hä. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Was ist denn? Du sie nicht magst? Oh, ja. Mach's gut. Mach's gut. Ich mache alles. Also mach's gut. Also mach's gut. Weil ich schon so leichter werde. Weil ich schon so leichter werde. Der blau ist lau, sag ich immer. Okay. Wenn du den so um eins käfst. Ja, der verpixelte sorgt dafür, dass man... Ich weiß nicht, ob das an meinem Rechner liegt denn? Ja. Oder ob es daran liegt, dass das Spiel dann einfach... Das ist so gut funktioniert. das ist so gut. Wie entsteht, dass das Spiel dann nicht... Und das ist so gut. Also mach's gut. Ich mach's gut. Und dass das Spiel dann einfach ist... Ich komm's gut. Ja. Ich mach's gut. über Guru-Ekna. Okay. Mitgehen kann ich es nicht. Ich würde sagen, gehen wir erstmal nach links, oder? Okay. Aber gut. Das ist 20. Das war's. Warte, wir gucken mal kurz da hinten nochmal. Warte, 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 warte. Warte. Ach so, ich muss den Weg gehen, dass ich so wenig Augen wie möglich öffne. Okay. Dann machen wir das. What the hell? Okay. 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 Die Blasenbohr im Anbohr, im Anbohr, im Anbohr. Griechig, oder was? Und wenn ich denn so... Die Transformation schenkt Leben, die Transformation gebärt Ideale. Und sie würde Materie und Essenz ziellos durch die endlose Leere treiben. Und ihre Hilfe werden sie Welten hervorbringen, die im Blut tanzen. Nein. Das ist unmöglich. Bleib ruhig, bis wir ihn examinen. Er ist... Nein. Ich will nicht... Ich will nicht... Ich will nicht... Ich will nicht, dass nichts damit zu tun haben. Das ist ein Verwalt, weniger als Death. Ria. Ria! Oh. Du hast deine Augen örtet. Oder... Was bleibt von ihnen? Ich... 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 Was... Ich... Und den... Du hast... Ich... Du hast... Du hast nur noch... ...und... Es wird sein. L-Li-Li-Li! L-Li-Li! 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 L-Li! L-Li.. L-Li-Li-Li! Ssean fudu yang dimiliki. あ signalpostat through Victor Before I never loved you. denying everything we loved was a lie from the very beginning. Three classmates made only so I could observe your gift didn't you get it I was the one who brought you to Bleekmmore It was me who informed Austerlitz that you resistant to meeting with him I brought the Skarlitz to your hotel. Und ich bin derjenige, der benutzt auf deine Schwertigkeit, deine Liebe für mich, als eine Art, um dich zurückzukriegen. Das ist die ganze Zeit, und du bist nur ein Werkzeug. Ich glaube nicht mehr, ich glaube nicht mehr, ich glaube nicht mehr. Ich liebte dir die Kühne, und du bist vorbei. Es geht nicht weiter. Endlich. So meine Freunde, ich dachte ich kann die Sedo mitnehmen und die Leute verprügeln. Ich kämpfe hier den Weg rein. Oh was? Mann! Echt, ich habe so ein gutes Elm wie ein Wainbow, Alter. Das war's. 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 Das war's.